Hallo zusammen zurück bei Silence. Wir werden jetzt mal hier versuchen, die gute Kürer zu retten. Kletter mal hinterher. Ohne sie kommen wir ja nicht weiter. Wir suchen unsere Schwester. Die ist eigentlich recht gut aufgehoben scheinbar. Aber das kann Noah ja nicht wissen. Was ist denn das? Okay, hab ich irgendwie mit dem jetzt da? Haha, okay. Okay, ich will mit dem Kleinen. So, jetzt bin ich ja. Mache ich mich mal ganz flach hier. Komm dann schnell. Nein, komm mein Süßer. Oder muss ich das einfach nur anklicken? Ah, geht's auch. Echt Zirkus reift die Nummer. Und jetzt? Wow, das scheint sie zu beholen. Fantastisch. Oh, oh. Na, du mach schnell weiter da. Oh, wow. Da geht's runter. Hm. Oh, Mann. Kürer. Kommen wir da jetzt weiter. Ah. Kann er ein paar Mal was machen? Nein. Hier der, der Kleiner. So. Flop. Oh je, oh je, oh je. Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Was denn, schafft er das jetzt nicht? Sogar. 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 Okay. Sogar. Meine Hochachtung, Eure Majestät. Sie scheint bewusstlos zu sein. Das wäre ich auch an ihrer Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Unglaublich. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal nach oben. Dann machen wir das halt so. Dann hat das ja da unten einfach nicht funktioniert. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Der Kokon könnte runterfallen, direkt in den Abgrund. Mit Kyra. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal mit dem Spot. Okay, jetzt macht das. Jetzt kann sie fallen. Na dann. Erst mal dahinter kommen, dann soll man wieder zurückkommen. Ich bin auf dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Mal sehen, ob ich richtig liege. Ich bin auf dem Spot. Ha! Zu schade, dass du nicht fliegen kannst. Na okay, jetzt wird's vielleicht was. Ich zieh dich da raus! Na los! Hab dich! Hoppla! Ich höre keinen Herzschlag! Erste Hilfe, Kuss! Äh, Kurs! Wie ging das nochmal? Zohr? Hm. Wie falsch rein voll gemacht? Oh je! Two of us! Ah, da war ich ja ein Defibrillator. Hält der ja gar nicht da oben. Oh oh. Da ist die Nachricht vom Baum auch endlich gefallen. Feuerwerk! Warum eigentlich? War das jetzt die Bienenkönigin, die da explodiert ist? Ja! Gott sei Dank. Scheiße! Willst du mich umbringen? Ich hatte gehofft, dass es hier ein bisschen ruhiger ist. Aber da lag ich wohl falsch. Du bist ein komischer Typ. Kann sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich ein Clown. Willkommen zurück. Alles klar bei dir? Ich glaube schon. Was hast du denn den Haaren? Was? Was meinst du? Du hast da eine schneeweiße Haarsträhne. Was? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Naja, solange es nur eine Strähne ist. Wir sollten hier verschwinden, solange das Biest noch ruhig ist. Okay. Okay, Leute. Wir haben sie gerettet. Aus den Fängen der Spinne. Wie es weitergeht. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Bis dann. Tschüssi!